So, also wir nehmen erstmal glaube ich die Reifen mit. Das ist glaube ich eine ziemlich coole Idee. Dafür müssen wir die Treppe nochmal hier hochkommen. Alter, boah, das ist nicht gut. Wenn man hier durch glinscht. Okay, ja komm. Ah, sehr gut. Der Haar ist wieder am Start, ich höre ihn. Einmal kurz aufmachen. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie am High vorbeimogeln. Das wird cool. Wenn das so klappt, wie ich das möchte, wird das mega. Aber wir müssen das erstmal irgendwo hinlegen. Dann bis wir irgendwie nochmal uns noch einen Anker bauen. Damit das hier nicht weglubbelt nachher hier. Das wäre natürlich sehr dramatisch. Oh, ich habe keinen Hammer am Start, Leute. Ist das wahr? Oh Gott. Gut, wir wissen, was uns hier erwartet. Wir müssen gleich nochmal mit dem Hammer hier rein. So einfach ist das. Oh, ja komm. Was ist hier los? Oh. Was ist denn das? Noch ist eine Kiste. Geil. Und hier ist noch ein Spend. Wow, was hier alles drin ist, Freunde, ey. Wow. Nicht schlecht. Okay, wir müssen hier tatsächlich... Hier geht es nur gebückt durch, Alter. Das ist... Wir kommen hier nicht wirklich durch. Aber... Wir müssen hier gebückt durch, tatsächlich. Okay, so geht es auch nicht. Man bleibt immer überall irgendwie stecken. Ich glaube, ja gut, wie gesagt. Ich hoffe, das geht nachher, wenn das Spiel nachher aus der Early Access raus ist. Geht das denn so einigermaßen normal? Guck mal, hier so durch von innen nach außen kommen wir locker durch, ne? Ähm... Cool. Da haben wir jede Menge Sachen vor. Entweder machen wir so Booten mit, teilweise mit Fit. Oder... Wir machen wirklich diese... Diese... Plattform. Ich bin für die Plattform, Leute. Wirklich. Die Plattform, die finde ich cool. Habe ich den Hammer reingepackt? Yo. Wie allen anderen Shit. Oh, guck mal hier. Da müssen wir aufpassen jetzt, ne? Ne, doch nicht. Alles gut. Also, legen wir doch mal die nächste Kiste, die wir hier haben. Die legen wir auch nochmal hier hin. Was haben wir denn alles drin? Mal schauen. Wir könnten auch schon wieder ein neues Regalchen bauen. Bobs. Ich bin ja froh, dass das hier liegen bleibt alles, ne? Hopp. So. Oh. Toll. Hier Stoff. Und hier noch was Essen. Sehr geil. Warte mal. Okay, passt nicht mehr. Wie ärgerlich. Und was ist hier drin? Wow, noch mehr Sachen. Für unseren Gyroskopter. Das ist cool. Ähm. Den müssten wir auch langsam mal anfangen zu bauen, ne? So langsam könnten wir den mal bauen. Aber andersrum, sobald wir das noch nicht fertig haben. Oh Gott, wir haben so viele Sachen, die wir hier machen müssen. Was kostet denn jetzt nochmal der Anker? Da wollen wir nochmal nachgucken. Wir brauchen Hammer immer noch, ne? Sagt sich ja. Deswegen könnte ich den ganzen Shit nicht mitnehmen, den ich hier jetzt dabei habe. Dafür brauchen wir sechsmal Steine, viermal Seile. Aber einmal einen Anker gebaut, brauchen wir jetzt mal keinen mehr, ne? Hm. Okay, pass auf. Wir machen das so. Wir holen uns einen Anker. Den. Oder wir töten einen Hai. Komm zurück, du Hund. Und lass dich von mir aufspießen. Wie ein räudiger Hund. Achso, hab ich schon mal gesagt. Hund, ne? Jetzt zweimal Hund sagen ist uncool. So, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wow, ich hab's sauber daneben geworfen. Unfassbar gut. Wir müssen ihn ein bisschen bei Laune halten, dass er auch wirklich bei uns bleibt. Volltreffer. So, da wären es noch neun, die wir mal treffen müssen. Acht. Sieben. Ah, jetzt ist er weg, wa? Hat er Angst gekriegt, oder was? Angsthai. Das Gute ist, er wird nicht so schnell verschwinden. Und er wird mit diesen sperrenden Rücken weiterschwimmen müssen. Und sich genau daran erinnern, wer ihnen die Sperre in den Rücken gejagt hat. Er hat keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr. Er hat aufgegeben, sagt er. Ist ja kein Problem. Kann man ja machen, ne? Also wenn man so einen Übergegner hat wie mich, dann hört man auch ganz schnell einfach mal auf. Ist ganz klar. Wenn man sagt, okay, wozu Zeit verschwenden? Ne, ich stimme da nur zu. Warte mal, was können wir, wie viel haben wir noch davon? Okay, wir können tatsächlich was gebrauchen. Komm, iss mal. Iss mal. Genau. Jam, 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 jam. So, das hat geklappt. Jetzt haben wir einmal Seile. Da sind genügend Seile drin, ne? Aber wir brauchen... Komm, lass uns doch einfach mal erstmal Seile herstellen. Der kommt sowieso wieder, der Hai. Der ist nicht weg. Der hat nur erstmal... Muss erstmal Luft holen. Unter Wasser natürlich, klar. Weil ein Hai das immer so macht. Unter Wasser Luft holen. So. Dann lass uns mal Seile herstellen. Seile und sechsmal... Steine brauchen wir. Wir brauchen also fünf. Also jetzt insgesamt nochmal viermal machen. Weil die Seile, die ich hier habe, die brauchen ja logischerweise gleich für die Reifen. Ich habe hier noch auf dieser Insel gar kein Pipi gefunden. Gibt es auf dieser Insel kein Pipi? Bob. Da ist unsere tote Schlange. Die könnten wir auch nochmal verwerten eigentlich nochmal. Die Schlange, das war auch eine geile Sache. Die habe ich abgeworfen mit Speer, die Flugarme, über die ganze Insel rüber. Wie das wohl ging. Manchmal schmackt das Spiel auch komplett ab. Aber das liebe ich halt, ne? Das ist ja noch nicht fertig, das Spiel. Und, ähm... Ja. Mal gucken. Early Access eben. So. Ich glaube... Warte mal, habe ich jetzt nochmal Seile zusammen? Ja, tatsächlich. Cool. Ähm, dreimal Seile. Ich glaube, ich muss nur viermal machen. Ich habe, glaube ich, im Boot noch einmal Seile. Finde ich ziemlich praktisch. Dann kann ich mich lieber danach gleich konzentrieren, wenn ich das einmal hier herangelegt habe. Ähm. Obwohl viermal... Ich kriege fünfmal zusammen. Das ist kein Thema, glaube ich. Das sollte, glaube ich, kein Thema sein. Ach, ich freue mich. Schön. Das wird eine schöne Brücke, die wir darüber bauen, so ein Wrack. Und da... Ihr habt ja gesehen. Es gibt da jede Menge zu entdecken. Und... Ach ja. Das wäre... Das wäre toll. Das wäre einfach echt toll. Mein Messer. Muss ich jetzt mal meine Axt nehmen, oder? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay, haben wir hier irgendwo Fels, den wir abbauen können? Wäre natürlich jetzt super cool. Achso, ich könnte ja mal, ne? Genau. So viele Dinge verstehe ich noch nicht bei diesem Spiel. Aber ich bin bereit zu leeren irgendwann mal, ne? Obwohl wir schon so viele Folgen gemacht haben. Verstehe ich einiges noch nicht. Schade, dass man hier nicht hochkommt, irgendwie. Das wäre auch mal geil, ob da oben was ist. Keine Ahnung. Hm. Da war ein Rock. Ich brauche mit. Toll. Ich habe einmal einen Stein gefunden. Da hätten sie noch mehr Rocks. Sechs Mal brauche ich, sagt sie, ne? Na, du kleines Gräppchen. So. Bob. Stein. Wie haben wir jetzt? Fünf. Das löpt, Leute. Das löpt. Hier ist so ein Schiederbügels. Das krieg ich wie hin. Oh, guck mal. Jetzt liegen die schon hier außerhalb. Diese Lümmel. Aber hier gibt es noch viel zu tun und viel zu untersuchen auf dieser Insel, ne? Ich glaube, diese Insel wäre nicht langweilig. Auf gar keinen Fall. Oh, wie scheiße das hier gerade aussieht. Wenn man weiter wegsteht. Guck mal, das Schwein. Das ist auch noch da. Das ist mal ein Hautschwein. Ich lenne den Leopold. Leopold finde ich geil. Na, Leopold? Grund für mich. Achso, das war mein Gammelfleisch, was da liegt, ne? Ja, schade. Oh. Was ist das? Ich dachte, das wäre gerade ein Snake gewesen, aber... Ne, alles cool. Ein Stein fehlt noch, Leute. Ehrlich. Ein Stein. Gib mir eine Chance. Manchmal hat man auch Steine oder Wasser, die man abbauen kann, ne? Aber ich habe gehofft, ich spare mir das einfach mal, mit dem Heiz zu schwimmen. Und such die am Land ab. Naja, dann komm, lass uns doch mal gucken, dass wir unter Wasser noch eins finden werden. Aber lass mal jetzt mal schnell nochmal die Reifen aus den Dings rausholen, bevor es dunkel wird. Das macht, glaube ich, eher Sinn. Hier, jetzt mit einem Riesensprung ins Wasser. Geronimo! Patsch! Oh, super. Ich dachte, du plumpst jetzt da vor rein. Hab nicht so ganz geklappt. Nein, ich habe immer noch den Hammer vergessen. Ach, herrje. Ich liebe das Risiko. Oh ja, ich liebe es wirklich. Alter, du dummer Hai. Ich sage ja, deine Mutter ist eine Forelle. Na, das hat sich dann wohl erstmal erledigt und wir dürfen uns erstmal um den Hai intensiv kümmern. Ach, scheiße, Freunde. Der macht uns fertig, ey. Der macht uns alles kaputt. Na, komm, die Steine sind wir weg. Jetzt ist er natürlich... Ja, genau. Wir wollten ja das hier aufsammeln gerade. Jetzt ist er natürlich... Weg wollte ich gerade sagen, aber er ist immer noch da. Nur ist natürlich die Sonne runter, ne? Da. Oh Gott, das ist schnell weg. Den kann ich ja gar nicht mehr sehen. Den da hinten. Stacheli. Immer auf die Stacheln achten. Ach, komm, was macht der denn da hinten? Ist der doof? Jetzt schwimmt der ganz weit weg. Oder ist er abgetaucht? Ist auch unmöglich, ne? Ach, alles gut. Macht der nicht so viel Schaden tatsächlich, ne? Es sei denn, er schleppt dich durch die Gegend. Dann macht das schon ein bisschen mehr Schaden. Es ist ärgerlich, dass er jetzt ausgerechnet ankommen wollte, wo ich hier... Dass er mir Reifen machen wollte. Wir müssen erstmal gucken, wo wir uns... Ja, wo wir nächtigen. Und dann... Müssen wir gucken, dass wir dann heillos werden. Oh, da haben wir jetzt noch eine Chance. Na? Ich trau dem nicht. So. Ich musste mal ganz kurz meinen Hund maß regeln. Das haben wir geklärt. Und jetzt müssen wir ganz kurz die Reifen rankriegen, ja? Wie bück ich mich nochmal schnell? Und schwupp, komm. Ach komm, bück dich doch jetzt einfach mal. So, genau. Nur komm. Ach komm. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Komm jetzt. So, jetzt sind wir drin. Es ist natürlich jetzt dunkel wie so ein Bärenarsch hier drin. Da haben wir die Reifen. So, einmal ganz kurz anklicken. Und jetzt den Weg mal wieder rausfinden, im Dunkeln. Der Hai sagt ja, okay. Ich bin bereit für dich. Und ich sage, ne. Jetzt kann ich natürlich auch dummerweise keine Taschenlaber ausrüsten, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir ganz schnell in super, super Geschwindigkeit zum Steh kommen. Aha. Der Hai sagt, super Geschwindigkeit ist heute nicht. Ich nehme dich erstmal mit, sagt der. Puh. So. Den haben wir. Den haben wir gerettet, tatsächlich. So, was haben wir hier? Planken, wie viel? Eine nur. Ne, zwei. Ne, drei. Äh, na. Ähm. Hm. Der hat keine Planken. Meine Kästen da vorne. Das sagt der Hai eigentlich. Was hat er gemacht jetzt? Ein bisschen Schaden hat er schon gemacht jetzt. Okay. Jetzt wird wieder lautesgehend gequatscht. Lautesgehend anhand schon. So laut wie es geht. Mhm. Das ist schon vielleicht eher. Ähm. Hm. Dann müssen wir hier mal Holzplanken machen. Wir machen sowieso nachher irgendwann eine Plankstation hier hin. Machen wir es hier mal so fertig. Kein Problem soweit. Das machen wir alles. Das war jetzt mein Telefon. Okay. Wie schaut es aus? Da haben wir eine Möglichkeit von hier aus jetzt direkt. Einfach mal. Jo. Direkt drauf zu flanschen. Wo ist der? Da. Klar. Oh ja. Super. Jetzt aber. Sehr gut. Und jetzt müssen wir uns einen Anker darauf schmeißen. Und dann hätten wir das. Dann ziehen wir den davor. Anker lichten. Erster Teil der Brücke fertig. Wie geil, oder? Finde ich auch. Da seid ihr einfach. Also. Wahnsinn. Ihr seid einfach meiner Meinung. So. Dann lassen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt sechsmal Stein und einen Knüppel brauchen wir tatsächlich. Viermal Schleifen haben wir ja da. Knüppel wird sicherlich irgendwo hier. am Strand rumliegen. Irgendwo. Da. Ups. Knüppel gefunden. Check. Ich hoffe ja mal, dass ich nicht ganz so viel davon brauche. Vielleicht zwei oder drei. Und dann den Rest für unser Boot nochmal ein bisschen weiter aufpippen kann. Bisschen breiter, bisschen länger und so und alles, ne? So, komm. Bapp, 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 bapp. Was ist hier los? Ist das voll? Na, komm. Erzähl mir doch mal, wie... Ja, ist voll. Schade eigentlich. Wieso legt er sich denn nicht übereinander? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warte mal. Lass uns mal ausprobieren, warum man das nicht macht. Ach komm, schon. Ist denn jede Kiste jetzt hier voll, oder was? Aha, die nicht. Okay, komm. So. Und das soll doch geklappt haben. Wo ist das Problem soweit? Gar keins, ne? Ach, mir fehlt noch ein Stein. Genau da war das Problem. Uns fehlt noch ein Stein. Den werden wir wohl irgendwo finden jetzt, ne? Das, ähm... Da sehe ich kein Problem mit. So. Muss mal ganz kurz gucken. Dieses Hin- und Hergedrück. Dabei komme ich ganz durcheinander. Ja, wir sind in der Aufnahme. Das finde ich gut. Okay. Die Taschenlampe. Ein Stein muss ich noch finden. Das kommt. Gib mir eine Chance. Mit ein Stein. Ein Stein. Mhm. Wir suchen ein Stein. Wer ist ein Stein, sind wir ein Stein. Finden wir einen Stein. Haben wir ein Stein. Was ist denn das? Ach, die tote Schlange immer noch. Ich glaube, ich laufe hier gleich, ähm, mörderisch Amok. Sag mal. Sag mal. So. Ein kleiner, süßer, knuffeliger, runder Stein. Das wäre echt nochmal ein Traum. Natürlich kann man das natürlich aufwendig... Ich finde aber auch keine Dinger, die ich hier abhacken könnte, ne? Steine. So, ich meine, klar, der wäre total bombastisch, aber das Spiel sagt, ne, den kannst du nicht. Dann sage ich, ja, okay, nützt ja nichts. Wenn du sagst, geht nicht, dann geht es nicht, ne? So, und dann... ...müssten wir das eben halt anders probieren. Da liegt immer noch die Schlange. Jetzt sind wir dreimal um die Insel herumgelaufen und wir haben keinen Stein gefunden. Was ist das? Hier lag doch gerade was. Genau hier. Und Pipi haben wir auf dieser Insel auch nicht. Das ist sehr frustrierend alles. Das heißt, ich muss jetzt meine Spitzhacke rauskramen. ...unter Wasser tauchen mit dem Hai. Um mir einen Stein rauszusuchen. Unglaublich, oder? Für einen Stein. Oder habe ich noch einen Stein dabei irgendwo? Den Stein der Weisen. Mhm. Das war ich. Das war die Fehlen-Synchronisation bei der FaceCamp. Das macht sie mit Absicht. Das hat sie alles mit Absicht gemacht. Das hast du mit Absicht ge... Da. Kannst du mir mal erzählen, warum das jetzt nicht geht? Ich habe doch gerade auf die Kiste geklickt. Und jetzt macht er die Kiste nicht an. So, komm. Aha. Doch, natürlich. Hammer kann ich doch übereinander legen. Wunderbest. Ach, der Hai kann auch mal... Hör doch auf, du schwule Hai. Was soll denn das, ey? Hallo? Jetzt rastet er komplett aus und schiebt das ganze Fluss durch die Gegend. Was soll denn das, ey? Was verspricht er sich denn davon? Ich will doch nur meine Spitzhacke. Einfach... Wo ist die jetzt hin? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf der anderen Seite. Oh Gott. Ach Gott. Leck mich, Hai. Der Hai muss sterben. Wo bin ich denn jetzt? Gut. Wir kriegen unseren Stein einfach nicht, Freunde. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Unseren verkackten Stein zu holen. Noch, weil der Hai uns... Der hat wieder unser... Unser... Unser Floß geflippt, ey. Wieso kann er das? Wieso kann er so ein gigantischstes Floß, was wir da haben? Einfach so umdrehen. Was für eine Pissnäcke. Wenn ihr wahrscheinlich... Ähm... Wenn wir reinschalten gleich wahrscheinlich in die nächste Folge, dann ist der Hai wahrscheinlich tot. Ich hab keine Geduld mehr über diesen Motherfucker. Guck mal, da schwimmt der da mit seinen scheiß Sperren im Rücken. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.